rechts von dir nico und links im eck was war das aimbotter aimbotter firos level 11 guck ihn dir an guck ihn dir an guck ihn dir an er ist so ein hurensohn moin leute was geht herzlich willkommen zu shepi tv kack nachrichten ihr seht ein bisschen im hintergrund auch ich habe jetzt einfach mal eins der ich glaube ich habe mittlerweile 61 oder 62 oder 160 gameplays miterleben müssen während wir selber gestreamt gezockt haben mit aimbottern wallhackern cheatern in rebirth und während das ricochet anti-cheat system ja eigentlich uns dafür beschützen sollte und die ja jedes mal wenn sie irgendwas neues implementieren ganz groß irgendwie darüber berichten was für die geile idee sie haben kann ich euch eins sagen wir haben mittlerweile in jeder gaming session zwei bis fünf hacker in jeder session jeden tag egal mit wem man zusammen spielt egal welche kd alles mögliche und das ist ein riesen dickes problem und jetzt kommt es noch viel weiter engine owning das ist der entwickler von diesen gottlosen cheats und diese cheats und hacks werden ja wirklich nur von den größten vollidioten benutzt also jemand der diese sachen benutzt und sich sozusagen daran erfreut was gar keinen sinn macht weil warum erklärt es mir was was bringt es einem dann spielt man drei stunden macht jede runde 80 kills und sagen die leute sich dann war eine gute session heute war ihr habt eine 80er kd perfekt ich verstehe es nicht es macht gar keinen sinn leute sind sowieso erbärmlich die sich nicht ein unglück weil die meisten so wie ich quitten einfach und sagen nächste runde aber leute die sich daran aufgeilen dass es andere aufregt sind sowieso arm jetzt passt aber auf was engine owning jetzt macht nachdem ricochet sowieso schon überfordert ist das hier ist die offizielle engine owning seite die haben auch ein twitter account haben das da am dritten märz relativ deutlich gemacht auch schön dass der ich sag mal veröffentlicher kronos heißt hat zwar nichts mit dem kronos zu tun aber trotzdem er schreibt ihr darüber dass die letzten wochen relativ ruhig waren sie haben intern ein paar änderungen vorgenommen und haben ganz große pläne für zukunft leute wir sprechen hier von einer software die öffentlich verkauft wird und die sich öffentlich über ein milliarden unternehmen wie activision lustig machen und hier schreiben sie dann rein wir haben uns ein paar spuffer noch mal angeguckt haben hier noch mal ein bisschen daran gearbeitet sprich ricochet soll eigentlich mit diesen kernetreibern teilweise die hardware bannen die ip davon dafür gibt es auch wieder möglichkeiten das zu umgehen das haben die wieder mit eingefügt und jetzt etwas wo die sich sehr sehr darüber freuen we release a version of the modern warfare warzone cheat that is completely free das heißt das läuft so gut bei den jungs und mädels und wahrscheinlich brauchen sie mehr daten um noch besser zu werden dass sie eine abgespeckte version von dem aimbot mit allem möglichen umsonst anbieten und bevor jetzt irgendjemand in den kommentaren schreibt warum promotest du das wer auch immer nicht ohne mich in der lage wäre sich ein cheatsystem für warzone zu besorgen ist sowieso verloren dem könnte ich installieren und er wäre trotzdem zu blöd dafür also engine owning kennt mittlerweile jeder brauche ich jetzt irgendwie kein geheimnis draus machen der cheat wird ohne esp haben ich weiß leider nicht was esp ist können in die kommentare schreiben ich lese die ja eh immer durch und ein radar mit einer begrenzten reichweite von 100 das heißt es wird wohl ein wallhack sein der euch auf dem radar alle gegner anzeigt wie bei einem orbi auf einem abstand von 100 metern was in über fast die halbe karte ist geht mir die drei sekunden werbung noch leute ihr kennt in je war ja wahrscheinlich viele von euch nutzen dass ich persönlich nutze es auch und es ist eigentlich auch völlig egal was ihr euch irgendwie kaufen wollt oder holen wollt ihr habt auf der ganzen seite geschenkkarten playstation karten xbox guthaben zwei monate xbox game pass für 19 cent wenn ihr es ausprobieren wollt mega coole sachen ihr könnt verschiedenste angebote einsehen es gibt aktuell mehr als nur ein paar spiele die im angebot sind gibt es immer mal wieder immer so für eine kurze zeit ich kann euch nur empfehlen kochepi 3 prozent rabatt ich finde die seite mega und ich finde es sehr sehr cool gibt auch in deutschland mit instant gaming heißt es glaube ich hier finde ich es aber einfach etwas günstiger und bin persönlich mehr als glücklich umsonst für jeden die originalversion wird nach wie vor verfügbar sein und für die die komplette cheating erfahrungen gerne mögen die bezahlte version wird auch weiterhin komplett geschützt und 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 unser overwatch cheat wird ebenfalls demnächst frei gemacht bis ihr leute das ricochet ein scheiß system ist das haben wir alle festgestellt dass activision unfähig ist das haben wir auch alle festgestellt aber dass die cheater in rebirth und in caldera mittlerweile überhand nehmen und egal in welchen lobbies man ist immer wieder kommen und dass die cheat hersteller die ja eigentlich das kleine unternehmen sind gegen den großen activision sich so lustig darüber machen und die cheats jetzt auch noch umsonst angeben und damit dafür sorgen dass wir noch mehr cheater in den games haben macht mich zum einen traurig und zum anderen muss man eins ganz ehrlich sagen modern warfare 2022 steht in den startlöchern und warzone 2 ebenfalls und warzone 2 hat activision gesagt wird ricochet als anti-cheats system haben wie genau soll das funktionieren wenn das aktuelle warzone caldera oder auch verdans vorher schon mit hackern überflutet war und man dieselbe engine nimmt die man jetzt hat mit demselben anti-cheat was fake ist was einfach nichts bringt es bringt gar nichts es ist sie schreiben ja auch andauernd ja diesen monat sind 80.000 accounts gebannt worden ja warum sehen wir dann alle zwei stunden drei stück warum warum wie geht das wenn die jeden monat 80.000 accounts waren dürfte doch eigentlich keiner mehr da sein das was uns vorgehalten wird ist fake es ist einfach eine lüge damit wir uns besser fühlen und gerade durch skill based matchmaking diese hacker mit ihren kds 10er 20er 50er kds kommen ja nicht in die niedrigsten bracket mit den schlechtesten spielern sondern nur mit den besseren spielern das heißt all die norberts da draußen die durch skill based matchmaking geschützt werden mit ihren 08 06 09er kds die haben diese cheaterfahrung gar nicht sondern wir alle die hardcore gamer haben das und wisst ihr was es nervt einfach es nervt und es geht einfach immer weiter engine owning hat schon angekündigt über den twitter account von denen und dass die demnächst den vollen service für eine woche umsonst anbieten wollen so dass jeder eine woche mit wallhack aimbot no recoil was weiß ich was spielen kann um dann zu gucken ob er geld dafür ausgeben möchte ganz ehrlich leute ich freue mich drauf fünf stunden rebirth 30 runden rebirth 35 hacker lasst man kommi da ich weiß immer nicht was dieses komische esp heißen soll ich kenne es vom auto aber nicht vom cheatsystem was haltet ihr davon es nervt einfach versteht ihr wie ich das meine es nervt und ich wollte darüber informieren es könnte jetzt noch schlimmer werden lasst ein like da lasst ein abo da haut rein bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020